Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von SHINYWARER mit SIRRONS Moin Will ich joinen nach dem Server zur Masteraufnahme Es ist mal wieder Keine Ahnung SON Keine Ahnung SON Ich muss kurz back enden, ne? Ja Und mir kurz wieder auf dann die Lightmap reinmachen, weil... Lightmap ist Vorteil Direkt zu deinem Chest bleibst du hier am SON Äh, jo Ich lauf aber nicht am Portal rum, ne? Ja, so dass du das Portal im Blick hast am besten Ja, na klar, ich lauf hier, ich drehe hier so meine Runden Wie jede Folge Hier steht ein Endel Nimm mit, nimm mit Kann Hansbruch den Hab ich jetzt Aber das heißt doch, dass hier einer war Joa Vielleicht ist der schnell durchgezogen, als wir gejoint sind oder so Egal wer im Endel Endel ist Endel, meinst du? Glaubst du, es wird irgendwo jetzt am SON Ich hoffe, es wird irgendwo jetzt am SON Ich hoffe, es wird irgendwo jetzt am SON SON Ja, hoffentlich Ich will weinen Warte, wie viel SON Oh man Ich bin jetzt auch wieder am SON Hm, jo Das ist doch ein Witz Ey, wir kamen hier 3.000 Folgen lang im SON rum Digga, das ist der Benjamin Minecraft und Julian Yonao, die können doch mal spawnen kommen, denen nur ein Kill Die wollen doch bestimmt noch mehr Benjamin, komm Irgendwann wird irgendwer aus dem Nether kommen, wir bleiben hier im SON Okay Irgendwann wird er rauskommen Dann sind wir bereit Nach welcher Folge wieder drauf Ich bin auch so sehr noch auf Lotex, warte ich muss kurz raustappen Ich bin auf denen im Kurs und erbricht, dass es kein Ton aussieht Ähhh So was Ja Wir sind vorbereitet, sie nicht Komm, diese Skelett droppen wir jetzt in ihren schadeten Bogen Schade Irgendwann müssen doch welche sein Hoffe ich eigentlich auch, aber es scheint irgendwie nicht so Einfach jeder hat Schiss, alter Vor allem, ich werde die ganze Zeit von irgendwelchen Mobs attackiert, Digga Die gehen auch gar nicht zu ihrer Chest Ist irgendwer vielleicht bei unserer Chest? Nee, auch nicht Neee Wer wird denn unserer Chest gammeln? Ja, kann doch sein, dass irgendwer da so Vielleicht sind die da Dieser Enderman hat ne Hose Komm Äh, was war ich? Ich hab jetzt zwei EPs, ne? Ich hab eine Bist du das? Ja, schade Wir sind genau bei deren Kiste, also wenn die sterben sollten, dann sind wir da Jo Oh, der hat wieder zu trinkmelden, seine Pots hier Das stimmt, ich hab ja die Ich kenn ja Pots trinken, ich muss ja gar nicht kippen oder so Doch, Free hatte in Form, falls Hier sind die, hier sind die, hier sind die Lutz Ich weiß, Benjagra- Benjagraft Wo, 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 wo Richtung Norden von Sporn Äh, Norden, 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 Norden Ich speak for it? Ich bin hier dahin Oh, die Zauben bisher am Bild gezeigt, Ehrenmänner Äh, Nordwesten, Nordwesten Jetzt Westen Ich legge Nein, bitte nicht Ich legge Doch Er läuft jetzt süden Ich weiß es nicht, ob ich nicht will Ich sehs, ich sehs, ich sehs Da ist dein Mate über mir Ja, ja, ich bin da, ich bin da, hi Den hab ich Den hab ich Geh du auf sein Mate Der ist gepurlt Ich geh auf sein Mate einfach, ne? Ja So, ich pre-hater einmal Weil, dann bin ich auch wieder halbwegs full Mein Booster Ich seh ihn nicht mehr Doch, da, 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 ich seh ihn noch Nice Ich pöle auch Okay Meiner hat auch gepurlt Ich geb einmal Aber keine allzu gute Purl Ich hab grad auch richtig rein gejockt, aber es passt Ich bin zu ihm Er hat nen Hit Er spammt mich Er spammt mich Ich glaub, er hat keine gute Schwer Zumindest hatte ich mir noch keinen Sorted gegeben Äh, ich nehm mal kurz das Beste Der tankt Ich hab 5 Fire Ich hab 5 Fire Das lag Er ist so low, ne? Meiner hat auch so viel gedenkt Was hat denn dein und dein für Armour Was hat denn dein und dein für Armour? Äh 1,4,3 Meiner ist genau am Spawnen, ne? Jo, ich mach mich auf den Weg jetzt Ein Helm tankt hat er da nicht so viel, das weißt du, ne? Ja, 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 ich bin auf dem Weg Er läuft in Richtung Norden Er hat ne Falle gehabt, hat sie aber verkackt Warte, ja? Ja, er hatte ne Falle Oh nein, ne Aber er hat sie verkackt Wo seid denn ihr grad ungefähr? Kannste irgendwie denn? Äh, da an diesem See Ich hab halt Angst, dass er noch ne Falle hat An diesem See Richtung Nordensee Ich läge Du meinst aber nicht da bei unserer Chester, oder? Nein, nein, nein Er dreht wieder um zum Spawn Welcher See, hä? Ich bin am Spawn Hab ihn Ja, nice Hat er der Fire? Ich muss erst jetzt Ich lute erst jetzt Äh, scharf hier Fire Nice, nice, nice Ich bin bei dir, ja, ich bin bei dir Tower 2 Ah, nice, Bear Äh, ich boite dann erstmal Ja, hier ist es Also Mach mal ein paar Äpfel Ja, die haben Fein gebaut Kiste Tu's in die Kiste einfach Alles, was er hat so Alles, was er hat so Nimm einfach einen Nutz Kannst du Gold stacken? Hast du Gold? Ne, ich hab gar kein Gold dabei So, ich hab den Wasser einmal noch Ich hab meinen ganzen Wasser einmal reingetan Kann er, kannst du den einen Head irgendwie mitnehmen? Äh, ja, ich tu das weg Die Werbung hier kann weg Hier ist der Kolollis Team Chest, ne? Äh, ja Kann er das FNS ja jetzt eigentlich weg tun Ähm, Wildfeuer Ach, Alter, ich ertrink die ganze Zeit Ich vergesse es die ganze Zeit Hast du noch irgendwas, was wir brauchen? Na Ein Lava Power 2 Bo Brauchen wir nicht Äh, noch ein paar Flints Was ist der Flints sind das noch? Es sind gerade alle auf dem Server, die noch leben Ey, ich kann ein Profil Piece machen, ich hab genau 12 Level Soll ich ein Chestpad Profil? Äh, kannst du gerne machen Was sind wir denn noch überhaupt? Und ich hab, äh, 13 Dias, du kannst deine Armour reparieren Ja, mein Helm hat 81 Dubility Digga, ich weiß halt echt nicht, wie ich mein Inventar sortieren soll Ja, jetzt werden wir endlich feiern Ja Aber, ich weiß halt echt nicht, wie ich mein Impf sortieren soll Ja, ssss Aber Digga, er hat seine Falle halt echt absolut verkackt Was war denn das für eine Falle, dass du einfach so straight runterfällst? Nein, 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 eine Die er mit einer Ho auslöst Ja, so eine Hochfliegfalle Dass du so eine Brrrr Kann sein Ich weiß es nicht Ok, ich bin wieder bei uns in der Chest Ja, aber ich lauf auch gerade auf unserer Chest Ich möchte mir noch mindestens mal Fullplot Fullplot 3 machen Oder soll ich mir ein Prod 4 Piece lieber machen? Ein Prod 4 Piece ist besser, glaube ich Ja, ok, ich hab nämlich auch genau 12 Level Äh, ja Ach, soll ich mir das Prod 4 Piece machen? Äh, was kannst du machen? Na, Moment, er hat ja kein Prod 3 Piece Nein? Nein Dann reparier einfach deine Arme, ich tu die Dias in die Kiste Ich zieh mir so lange mal den Prod 2 ist, ach, same man Ok Äh, ich reparier den erst mal mit 1 Tier, da hat er wieder 171, ne? Ja, wenn dir das reicht Oder so, oder ich kann Ich könnte, ich mach direkt Full, oder? Ok Äh, wie viel kostet nochmal Plot 3, wenn beides Damage ist? 7, ne? 7 Hm, schade Warum? Willst du kurz Nether eben? Nee, Digga, Nether, ich möchte am Spawn Ich möchte lieber am Spawn bleiben Ich tu mal Head und so hier rein Ich glaub, es geht schon Ich glaub, alle sind im Nether, die noch leben, actually Ok Es wär, also, es gibt halt keinen Sinn, also es könnte irgendwer Healing unten farmen Aber ich glaub, Kololi ist im Nether, weil der hat so viel Stuff von den Gegnern bekommen Dann braucht ein Job man auf ne Massenaufnahme, wenn man nicht fightet Frags hier und Godale sind glaub ich im Nether Und, äh, kauf dir Internets oder du noch was der macht Geh mal zu Kololi's Team Chest, John Ok, soll ich mal, ich geh mal zu Frag Jo Äh, Kololi's Team Chest ist hier Das Interest, kauf dir Internets lebt ja auch noch Wahrscheinlich machen Lutz und er ein 101 oder so Kann's ja gut sein, ich bin bei seiner Chest, aber ich weiß nichts Ja, ich seh dich, ich seh dich Ja, ja, ja Ja, bei dessen Team Chest, die haben Flamebow Was? Lauf, Dyron! Ich spawne Was? Ey, Thorns Dyron, geh weg, geh weg, geh Die haben Full Profit oder so, keine Ahnung Alles gut, ich, äh, komm einfach zu dessen Team Chest Was für ein Flamebow? Beide vor allem Ich komme Ich bin am spawnen Ja, äh, zu dessen Team Chest Ich bin aufm Weg Ich, äh Ja, die wollen mich fighten Du darfst nicht sterben, ne? Nein, nein, ich lauf gerade zum spawnen Okay, gut, laufen die den hinterher? Ja Und sie treffen auch Habe ich bin da, drauf Hilfe So, meine Lieben Ich geb nochmal Wir müssen nackern Die haben Auf-Speed, die haben Auf-Speed, die haben Auf-Speed Und Regeneration, Digga, wer sind die? Die Pearl, hä? Hä? Wieso fallen die denn jetzt? Ich hab keine, ich hab keine Achso, ich hab... Ja, dann Pearl ich mich erst recht gar nicht Hä, Digga, was machen die denn jetzt? Die wollen gewinnen, kann das sein? Hä, ich bin dir das jetzt ernsthaft aus so ne Art? Alter, das ist jetzt nicht dessen Ernst Geh von hinten hoch Ja, dann werden sie auf einen von uns turnen Und man bekommt Fallschlagen ja auch noch, ne? Teilen, du musst aufpassen, dass die jetzt nicht auf dich jammen Ja, die gehen auf dich Geh weg da, geh weg da Ja, alles gut Teilen, du kannst, kannst du im Notfall hochrollen? Äh, im Notfall ja Ich versuch gerade auch irgendwie hochzukommen noch Sonst versuch du dich mal hinter dir zu Pearl'n Den hinter dir Pearl'n würde ich ja denkens Wasten, äh, dass ich irgendwie, wenn ich sehr low bin und du grad nicht da bist Kann ich mich dann noch weg Pearl'n Ja, aber du hast noch zwei Pearls Ja, eine hab ich gegen den anderen Typen gewastet Oh Ah, hä, die haben Pearl'n Ah, hä, die haben Pearl'n Hä, werfbar ist verboten oder nicht? Warte Werfbar ist Warte Ach ja Ja, der Booten Nein ist es nicht, ich dachte schon Kev Teilen, ich mach Taktik Hier unten hat 0DV da Oh man nein, NAAA MAN äh, ich glaub, der hat gemerkt, dass du kommst. Tyron, nicht, dass die jetzt auf mich jumpen, ne? Ja, pass auf. Ich baue die halt nur, ne? Alter, die gehen noch weiter nach oben, Alter. Ich baue mich unter die, okay? Es blieb die aber nicht im All-In, verlierst du. Wir gehen weg. Tyron, die gehen weg, Tyron, die gehen weg. Ja, soll ich hinterher? Ja, ja, wir gehen hinterher. Ich lecke halt schon wieder. Oh mein Gott, hab ich reingetürzt. Die ist sich nochmal gebrüllt. Boah, Alter, was machen die denn? Soll ich mich hinfüllen? Ja, versuch, auf den Berg. Ja doch, mach, mach, mach. Oh mein Gott, das war so kacke, oder? Ne, die checken nicht. Ich bin halt nicht da, ne? Ich bin nicht da. Ja, da kommst du nirgends, kommst. Ich bin hinter denen. Oh, du wärst oben bleiben sollen. Oh, du wärst oben bleiben sollen. Kannst du nochmal gappen? Headen. Ich hatte auch nochmal. Auf Rexy, auf Rexy. Ah ne, das bist du. Sorry. Er hat mich vergiftet. Was ist das für ein Fight, Digga? Ich glaub, wir werden rippen, ne? Ne, man. Äh, du musst tuern. Ne, doch nicht. Ich bin da fast out of. Ich hab nur noch einen Head. Er fällt nochmal. Ich hab einen Head, Digga. Der Head nur noch? Ja, ich wurde vergiftet. Da liegt der Sieb. Alter. Warum spielen die das denn so? Die haben besseren Stuff als wir. Du wirst Solo oben, ne? Ich bin schon wieder vergiftet, Alter. Das ist doch nicht das in Ernst. Das ist so ausspielen. Du bist to one. Alter. Das ist mir ernsthaft, Digga. Wie haben die daran Spaß? Was? Du bist, by the way, Solo, ne? Da drin? Wo bist du? Da, da. Da. Da, da. Ich muss meinen letzten, äh, Head nehmen. Ja, ich bin wahrscheinlich tot. Äh, ja, ja, einer, der hat! Ja! Nice! Power 3, Flaming Infinity. Wir werden halt gekickt jetzt, ja. Direkt join, direkt join. Die dürfen nicht. Doch, natürlich. Es sind zwei Folgen. Achso, äh. So, wir kommen zunächst nicht, John. Äh, ich hab keine Gaps mehr, ne? Ich hab einen. Wow, Digga. Der muss schon wieder gar nichts. Ich muss zwar zwei Schuhe anziehen. Der wird 15 Sekunden gekickt. Da hin, da hin. Ich kann mich noch nicht bewegen. Ich kann mich noch nicht bewegen. Jetzt. Er will sich Grund 2 bauen. Kann man ihn hüten? Ne. Ich bin halt nicht an der Entfuhl, ne? Ich bin auf 8 Herzen. Doch, ey, fight jetzt. Hä? Oh. Ja, wir wollen uns. GG. Aber Alter, was haben die da... Wie haben die das am Anfang denn ausgespielt? Das war jetzt. Aber können sie machen. Ist ja ein gutes Recht, Digga. Okay. Ja, okay, aber... Digga, komm mal. Power für Flame. Äh, zack. Death Spriter 2. Oh. Ich sterb noch daran, Digga. Ich sag's dir. Was hast du da für ein Schwert? Ich bin... Äh... Sharp 4. Fire. Dir. Ja. Ja. By the way, ich bin fast tot, ne? Ja? Ja, ich... Ich hab keine Gaps mehr und bin fast komplett tot. Hast du noch keine Gaps mehr? Ich bin nicht mehr auf... Nein, ich hab nichts mehr. Oh. Geh zu deren Chest vielleicht um dieser Gold. Ja, stimmt. Schnell. Komm mit, komm mit, komm mit. Vor anderen Minuten. Und ich bin 2-1 direkt tot. Ja, es sind nur ein Gap. Oh, die, die, Digga. Du, die, äh... Du läufst in die falsche Richtung, glaub ich, ne? Ne, hier ist es, man. Aber wir müssen noch zu dessen Chest. Ach, dessen Chest. Ja, du hast recht. Glaubst du, er ist da wirklich? Ne, ich seh'n nicht, aber ich wär halt sehr schnell tot, ne? Wie hast du eigentlich, einen eigentlich down bekommen? Was weiß ich, der hat mich all in? Haben die irgendwas in deren Chest? 53 Dears, Netherwarzen. Was für 53 Dears? Noch ein Fire. Braustand. Irgendwie Gold. Ein paar Sachen hatten die. Auch kein Gold? Ne, aber halt, ne? Du siehst ja. Ja, ich weiß nicht. Oh, Mann. Ich bin fast tot. Sollen wir mal zu den Chords rauchen, die er geschrieben hat? Äh, welchen Chords hat er geschrieben? Minus 200. Ey, ach, er ist höher 11. Ich hab gerade vier Schwerter in meiner Hotbar. Ja, sollen wir dann... Ich weiß, dann können wir halt eigentlich nur... Willst du Healpots nochmal brauen? Müssen wir ja, ne? Ja, wollte ich grad sagen... Warte, hast du... Warte, sind da noch, ey, Goldnuggets drin vielleicht? Das ist ein Team-Chest. Weiß nicht. Wir können einen Head vielleicht machen mit ganz viel Glück, ne? Er hatte ne Chest mit Prod 3, Unbreaking 3, Thorns 1. Ja, Mann. Und Deathsprite hat zwei Schuhe. Ja, die hatten keine Goldnuggets, aber wir nehmen die Gears mal mit. Ja, als ob die keine Goldnuggets hatten. Hm. Das ist jetzt halt sehr bitter, ne? Dann müssen wir Nether. Wir müssen halt. Warum Nether? Ja, der ganze auch mal ist down. Achso, ich hab Ersatz, ich hab Ersatz. Mhm. Ich geb dir einfach mal meine Komplette Heile. Das ist natürlich... Eine Hose hab ich noch Prodrei, die gut ist. Oh, meine Hose ist fast komplett down. Ja. Er all in am... Wir können spawnen gehen. Ja. Willst du all in? Ich bin nicht unend full. Soll ich? Meine Schuhe, gib mir mal deine Armor, weil meine Armor ist fast ganz down. Ja, okay, warte. Ich zieh kurz... Schrott Armor. Oder warte, soll ich dir vielleicht die... Ich geb dir diese hier? Meine Hose kann ich dir gar nicht... Hast du Schuhe? Gute Schuhe. Mein Name, 20 Ability. Ich kann dir dich ergeben. Naja, lass ihn einfach 2-1. Okay. Naja, wir werden erst noch gegen auf die Internets lassen. Okay, dann haben wir das Finale. Ja, das ist das E-Finale. Das ist das E-Finale. Fight den I erstmal her, dann ist der 2-1. Fi3. Komme morgen. Ich bin so gut wie tot. Hast du noch eine Speed-Pot? Achtung. Hast du noch eine Speed-Pot oder brauchst du noch eine? Nö, ich hab. Hatten nicht mal 5 Grad. Ich auch nicht. Ich hab noch... Ich hab wieder einen Shot-1-Peace halt. Das ist er. Bei dir ist jemand auf den Board1 nicht vorgelegt. Wo ist die Chest von Dingens? Auf die Internets, er muss an seiner Chest Ich hab keine Ahnung, ich weiß nur, was hier die von Cololi ist Der ist hier, der ist hier, der ist hier Rauf, rauf, rauf Ich komme Tut mir leid für ihn, aber sorry, Bro Wir haben halt kein Healing Äh, ich bin noch nicht da, ne? Pass auf Der hat einen Verband genommen, oh mein Gott, jetzt tut mir so leid Oh mein Gott Ja Ey, Lutz, es tut mir leid Oh Mann Sorry, GG Oh Mann, er hat einen Verband genommen Oh, neue Verbänder, jawoll, hier Gönn dir, gönn dir, gönn dir Noch mehr, hier sind noch mehr? Ah ne, es sind Federn Nimm die Verbänder Wo sind die? Da Oh, geil Oh, geil Jetzt ab zum Spawn Was, der Head, lass doch looten Äh, der hat sich Gold Wir können einen Head noch machen Hier, tu mal das eben in den Chest Tu mal eben in den Chest, tu mal eben in den Chest Was? Das ist der Herz, ich geh eben zu seiner Chest Ich nehm seine Ammo raus, ne? Ja, das war verhaltend, ich wusste ja jetzt noch Ich schaffe einen Fire 1 hatte er Eisen Ähm Ja Hast du, hatte der Arm irgendwie was krasses? Äh, 5 oder 3 Die ist noch ganz, oder? Ja Ja Besten Arm als ich im ganzen Projekt hatte Ja Oh, endlich für 3 Schuhe Äh, jetzt hab ich ja eine... Na, 3 Hose hat er auch Äh? Wo ist die... Hab ich die Thorns Chest weggetan? Oder hab ich die dir gegeben? Hast du irgendwie einen... Helm im Ganzen? Ich hab... Äh... Hast du ne gute Hose? Ah ne, er hat noch Ha! Ich hab voll Arme Ich kann dir gerne eine von ihm geben Ich hab voll Arme jetzt Ich bin auch wieder voll gleich Ich hab immer noch keine Gaps Wait Ja, ich hab auch nur einen Gap Warte, der hatte nur Gold Wie viel Gold hat der? Achso, äh Das ist noch in der Scheiße Ich hab's nicht mit... Ja Jetzt hat er jetzt? Ich dachte, der hätte mich jetzt gerade vergiftet Digga Guck, was macht Ich glaube nicht viel Zwei Das reicht, das reicht Sorry? Ich glaub wir haben sie gut Ja, okay, dann ist gut Ich heil mich nochmal Der Fall am Ende war jetzt intense Ja, das war komplett out of... Ja Hier gegen God Ace Ah, die haben so abfuck gespielt Ja, ist so Aber ich mein, wenn... Ja, wenn sie so spielen wollen Das ist okay, aber... Voll langweilig Es fuckt halt komplett ab Ja, weil... Hat mich irgendwie... Hat mich irgendwie an die Spielart von Yukaki erinnert Ich hab auch... Ich spiele auch öfter so Wenn ich so einen Boken hab, dann mach ich das auch Aber... Ist jetzt nicht derin schuld, dass sowas erlaubt ist Nun ist... Jetzt vom Projekt her Als das Infinity erlaubt war Ja, ja, ich hab ja auch nichts gegen das Infinity gesagt Nur das auf... Das mit... Direkt auf Bergen... Sweaten... Ja, aber wenn... Wenn man Infinity hat, spielt man ja so Das hätte jeder gemacht in der Situation Ja, ich hab mich ja nicht... Ich hab mich ja nicht über Spam aufgeregt Sondern eher so, dass sie direkt, als wir uns gesehen haben Dinger nicht sind Ja, ich glaube, das lag immer daran, dass sie laften übrigens selbst Ja, aber... Wir hatten halt vielleicht gefühlt Wir hatten gar nichts mehr Wir hatten... Ich glaube, wir hatten schlechteren Stuff als die Das kam mir ein bisschen so vor Ich... Ich war nicht 5 oder 3 Ich hab am Ende so gedacht Scheiße, verlieren wir? Ich hab's dir gerade auch gesagt Wir werden flippen Ja, ich dachte auch so am an... Ich dachte so am an... Ich dachte so am Anfang dann... Die kriegen wir die... Die haben die nämlich viel besser geltet am Anfang Ich hab halt die ganze Zeit übel losten ge... Gapped Ja, passt Okay, nice 13 Teamkills Wenn wir gewinnen, haben wir uns gesagt 17 Teamkills Alter, bist du... Also ich kann dir noch mal ein Gap Jo, warte Tch... Klar, gönn dich Äh... Er will wahrscheinlich 101 Nee, wir machen keinen 101 Also wenn wir jetzt noch guten Stuff hätten Würde ich sagen wir machen 101 Aber mit dem Stuff können wir keinen 101 machen Dinger Ich bin Flipper 3, alles heil Ja, und was hat er? Genau, wissen wir nicht Nein, aber vielleicht hat er noch Edo, Dinger Ich hab gar kein... Ich will das jetzt nicht richtig Er hat ja gesagt erst nicht mal Flipper 3 Ja, aber ich will es jetzt nicht riskieren zu verlieren Okay Treff nicht ins Spielgeschehen ein Das ist nice Ah, da vorne ist er Ja, dann lass ich Dream machen Machen aber 1-Vision Ich möchte es jetzt nicht riskieren irgendwie noch zu verlieren Okay Okay Achtung Creeper, ne? Okay, das Finale von Shiny Warmer Von Shiny Warmer Von Shiny... ich glaub... ja, Remaining 3 Es sind 3 Spieler nur noch am Leben Das sind 4 und er Ja, ich hab halt... doch, ich hab noch eine Speedfahrt, jawohl Ja, ich hab auch schon gespeedet Dann... und jetzt in 3 Jo... man kann sich hier nicht gegenseitig hätten wie ein Dodo, ne? Ne Dann zeig ich dich jetzt... er hat einen guten Bogen auf jeden Fall Ja, er hat glaub ich einen Power 3 glaub ich Power 4 schätze ich Ich hab immer noch 3 Schwerter und da hat man warum auch immer Okay Jetzt hätt ich... ich hätt und gehe direkt... ja, okay, da gibts den gut Das war jetzt Trash mit dem Creeper Er kann, wenn er auf Healing spielt, kann er gewinnen Wenn er das auf Healing ausspielt, dann kann er gewinnen Ich glaub, er kassiert absolut viel Schaden Ah, GG 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 He, GG Der hatte... ich hab hier Unbreaking... der hatte Fire 2, hatte ja neisiger End Kann sein Ja, ne? GG, ne? Kriegt man noch Damage, ne? Ah doch, man kriegt Damage, JA! Willst du dich jetzt noch töten? Ey! Flieg! Vielleicht können wir es diesmal wiederholen Aus dem letzten Projekt mit runterschlagen Nein, du schlägst vierchen wieder runter Obwohl doch stimmt, aber ich hab nicht so viele Blöcke Wie viele Herzen hat... wir können aus unserer Chess noch welche holen Warte, ich ne müssen, hier Ich hab nen Stack, das sollte reichen, oder? Jaaa, doch, ja, das müsste reichen, okay komm Lass, hier hochstacken Oder wollen wir am spawnen? Hier, hier Ey! Ja... Ja, also ich geh immer noch hier Soll ich mir den Block 2 runterschlagen und diesmal fällst du deine Rüstung an? Ja... Nicht, dass ich direkt wieder sterbe ohne Grund Hehehe Wir haben 17 Typen, eieieieiei Er läuft, ja Auf den letzten Folgen waren nicht so produktiv, das wir einfach nur ums Spawn rumgegammelt sind und nichts gemacht haben Ich bin halt irgendwie viel schneller am stacken als du. Ja, was weiß ich, du hackst. Jo. So, keine Blöcke mehr. Ah doch, ein Block hab ich noch. Ich komm nicht runter. Okay, kannst mich von... okay, warte erstmal. Es war ein Tyrion-Projekt, die haben auch gut das Projekt organisiert und so. Warte, ich mach noch kurz mit Tab einen Ding ins... Hast du den Turbuck? Ne, klar, jetzt gehst du wieder. Okay, okay. Dann. Hab ich irgendwas zum Essen? Ne, hab ich nicht, okay. Gutes Fliegen! Nein! Schade. Das war's mit Shiny Waro 2. Ich bin tot, ich weiß nicht von wem. Von wen ich bin tot. Von wen, ja genau. So, ich mach jetzt auch noch.